Willkommen zurück zu einer neuen Folge Heavy Metal Machines. Ja, wir sind wieder am Start, wieder nur ich, denn Kreis ist zu dem Zeitpunkt zumindest immer noch im Koma, in einer intensiven Behandlung, man spritzt ihm gerade irgendwelche Intrigenzien hinten rein, damit er wieder fit wird. Und wir, wir rollen jetzt weiter hier mit der goldenen Variante von meinem Rampage. Alles klar, auf geht's, können wir gewinnen? Ich meine, die letzte Runde war wirklich ein Horror-Albtraum, ein absoluter Horror-Albtraum. Ich hatte noch nie so eine schreckliche Runde. Bam! Er ist mir hier schön einen mitgegeben. Oh, ich liebe Rampage. Rampage ist einfach geil. Der ist mittlerweile so einer, wo ich denke, der passt extrem gut zu mir. Achtung, Achtung. Alter, wir ziehen richtig gut durch. Wir ziehen hier richtig gut durch. Wollte gerade eben nochmal hier ein bisschen die Konkurrenz wegpumpen, aber wir ziehen gut durch. Wie geht's unserem Mann? Unserem Mann geht's gut. Zu gut. Noch einen hier gestoppt. Wir sind noch am Start. Wir sind noch am Start. Komm schon, Junge, komm schon. Nice, Alter. Richtig, richtig nice. Und den Eindruck zerstört. Habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob es als Kill zählt. Ne, leider nicht. Leider zählt es nicht mehr, aber ich habe ihm noch einen mitgegeben. Achtung, hier sieht man es vielleicht noch in der Wiederholung. Bam! Hier hat man es schön gesehen. Ich habe ihn noch zerstört. War leider aber kein Kill. Leider, leider kein Kill. So, wir gehen hier in die Garage rein. Pimpen uns ein bisschen. Alter, wir gewinnen das Ding, oder? Das wird heute eine easy Runde. Ich habe ein gutes Team am Start. Ich meine, letztes Mal war es wirklich Drama pur. Und wir haben auch gewonnen. Wir haben gewonnen. Alles, was zählt, ist der Sieg. Go, 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 go. Wow, sie haben das Ding. Hey, dieses Ram muss aber wirklich, das muss gelernt sein. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Bam! Hey, warum will der unbedingt mich? Was ist dein Problem? Kümmere dich doch lieber. Kümmere dich doch lieber darum, deinem Kumpel da oben zu helfen. Autsch. Alter. Ja, die wollen mich tot sehen. Aber ich werde hier ein bisschen geheilt. Mein Bro hier drüben. Oh, wie konnte ich den eben gerade nicht treffen? Wie konnte ich den eben gerade nicht treffen? Haben wir das Ding? Wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Die Ablenkung. Es ist die Ablenkung. Das ist alles, was zählt. Die verdammte Ablenkung. Die Ablenkung. Alter, wir ziehen durch, oder? Ah, aber wir haben hier noch... Mist. Mist, 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 Mist. Wow, hey. Mieser Pisser. Der eine hasst mich richtig. Das habe ich dem getan. Go, 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 go. Oh, no. Mann. Komm schon. Na, Mist. Go, 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 go. Yes, hier wieder einen mitgegeben. Na, verdammt. Der ist so nervig, der Kollege hier. Wer will es wirklich wissen? Jetzt hole ich ihn mir. Jetzt hole ich ihn mir. Yes, Alter, wieder drin. Nice. Wir haben den Scheiß. 2-0. 2-0. Richtige Loser. Gar keine Chance gegen uns. Kistro, you bet. Hey, ich bin neu in dem Game. Und wir gewinnen. Wir gewinnen den Shit. Da spielen auch nur noch Suchtis. Ehrlich, das ist wirklich so eine eingefleischte Community. Da spielen nur noch Hardcore-Suchtis. Go, 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 go. Wir haben das Ding schon wieder. Am Ende zählt auch nur der Sieg. Wow. Aber ich komme auch nicht ran. Ich bin halt nicht der Schnellste. Ich bin groß und bullig. Bam. Hier einen weggezogen. Und einen mitgegeben. Mein Ulti. Mein Ulti ist nie bereit. Yes, komm. Yes. Fein zerstört. Hey, der ist nicht so easy. Rampage ist hohe Kunst. Hohe Kunst. Alter, hier zwei erwischt. Sind wir schon durch? Sind wir schon durch? Boah, so kurz vor knapp. Wahnsinn. Alter, von wegen schlecht hier. Von wegen schlecht. Rampage. Rampage Deluxe. Hier, nochmal reingewürgt. Hier, jetzt. Ich muss erstmal warm werden, Freunde. Keystraw, du bist schlecht. Ah, shit. Guck mal, die sind hier alle am Arsch. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Und hier einen mitgegeben. Wer hat's? Wer hat's? Wer hat's? Hier drüben. Yes. Unser Mann, unser Mann, unser Mann, unser Mann. Alter, was eine Zerstörung. Was für eine heftige Zerstörung. Klar, ich bin keiner mehr von diesen Hardcore Boys, die den ganzen Tag dieses Spiel spielen. Also wie gesagt, das Spiel hat eine total ultra eingefleischte Community. Aber das war eine saubere Zerstörung. Das konnte sich definitiv sehen lassen. Ach, wir haben noch eins. Ich dachte, vorhin haben wir. Ich war eben gerade voll verwirrt. Hä, es gibt noch eine Bonusrunde? Eine Mitleidsrunde? Ich war vorhin... Ja, stimmt, wir waren unten. Es ist warm, Leute. Es ist warm. Mein Gehirn ist total gebrutzelt. Es ist warm. Moment. Moment. Noch ein Upgrade mitnehmen. Ein bisschen upgraden. Jetzt habe ich den Start versaut. Egal, das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Ich glaube an dieses Team. Und ich glaube an den guten alten Rampage. Guck mal hier. Schon wieder 100 reingewürgt. Boom. Ihr müsst auch ein bisschen hier was nehmen. Na, boh, 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 boh. Komm schon, der ist doch so gut wie geschrottet. Gebt mir das Ding. Okay, okay. Einer von uns hat es. Ich hatte noch nicht einmal die Bombe hier. Wow, 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 wow. Ich bin fast durch. Yes, alter. Rampage Deluxe. Rampage Deluxe. Oh, ein bisschen Sprit hier. Alles klar, jetzt. So wird gespielt, Freunde. Nichts Persönliches. Einfach nur Rampage. Vielleicht bin ich ein bisschen verpeilt. Aber schlecht bin ich noch lange nicht. Go, 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 go. Ey, der hat doch schon die ganze Zeit abgeworfen. Der eine zieht trotzdem hier noch mies durch. Alles klar, mein Ulti wäre bereits. Nein, nein, der eine hier, der geht mir schon wieder auf den Sack. Ich glaube, ich wurde zum ersten Mal zerstört. Alter, der eine Typ sagt zu mir, ich bin schlecht, hat aber trotzdem nichts auf dem Kasten. Auf geht's. Auf geht's. Der letzte Punkt. Der wird jetzt irgendwie qualvoll, oder wie? Rampage ist am Start. Habt ihr es gesehen? Rampage Power Deluxe. Bam. Respect my Rampage. Doodli-di, doodli-da. Wow, wow, wow. Ich bin hier ziemlich lonely. Shit, 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 shit. Warum will er mich jetzt noch töten? Ha, daneben. Daneben. Ich muss mich heilen, es hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt draufgehe. Und hinter mir war niemand, wo ich abgeben konnte. Die hätten so oder so die Kugel bekommen. Ich war ja umzingelt von der ganzen Mannschaft. Komm schon. Komm schon. Gewinn es. Gewinn es für mich. Alter, der eine ist fast Schrott. Hab das Ding. Komm schon. Ich versuch's. Übernimm. Kann ich mir irgendwas Geiles holen? 800. 800. Nein, nee, hier geht eh nichts mehr. Maschinen-Upgrade. Nitro, nice. Ein bisschen Nitro. Davon habe ich jetzt aber nichts gespürt. Alter, komm schon. Wir sind hier oben am Start in ihrer Hälfte. Mein Ulti ist beinahe ready. Oh, wir sind so nah dran. Er wurde abgegeben. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, der ist durch. Jetzt aber. Ja. Victory. Victory. Und am Ende habe ich dann doch noch mal einen Beitrag geliefert. Ja, ich muss mich erst so ein bisschen warm rampagen. Ich muss mich erst ein bisschen dehnen. Die Schaufel vorne ein bisschen dehnen. Und das Rampagen muss gelernt sein. Die hatten keine Chance, ja. 3-1 für uns. So, das war es mal wieder. Eine kleine Runde Heavy Metal Machines mit dem goldenen Rampage. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Und tschüss.